Alles, was sie erbaut haben, wird zusammenbrechen. Alles, was sie erbaut haben, wird zusammenbrechen. Alles ganz einfach. Ein Gott aufhalten. Die mächtigsten Wesen der Erde besiegen. Und die Welt retten. Ziehen wir in den Krieg. Viel Glück. Charles! X-Men Apocalypse. Magneto, sag mal, kennst du ihn? Er ist mein Vater. Was? Er und meine Mom, sie haben im Kino.